Der Aufbau über die rechte Seite bei den Huskies, über Hugo Wobeer, jetzt der setzt McNeil ein. McNeil möglicherweise mit der Schussmöglichkeit kommt, aber nicht an den Puck. Der Puck rutscht da quer parallel zur Torlinie entlang, aber er kann ihn nicht richtig drücken. Wenn es da ausfallen, lauft Tor! Das ist das Tor! Das ist das Tor! Und der Aufstieg für die Kassel-Huskies! Da war er! Da war McNeil, der eigentliche Torschütz in dieser Playoff-Serie, fast nach hinten. Und dann kommt er! Drew Bannister mit vollem Anlauf! In der zwölften Minute der Verlängerung trifft er zum 3 zu 2 und jetzt spielen sich jetzt hin. In der zwölften Minute der Verlängerung trifft er. Rammeln! Dingo! Rammeln! Dingo! Bingo! 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 Vielen Dank.